Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute, wie ich den Storch gemalt habe. Und dazu habe ich folgende Materialien verwendet. Ihr könnt, wenn ihr habt, so ähnliche nehmen. Müssen nicht unbedingt die gleichen sein. Das sind drei Rottöne. Einmal das Cadmiumrot, dann das Ginequidonrot und das Alizuronrot. Das Ginequidonrot habe ich mit Orange gemischt, damit es einfach einen wärmeren und helleren Farbton ergibt. Und das Alizuron Red ist ein blaustichiges Rot, das wird vor allen Dingen für die Schatten verwendet. Für den unteren Bereich. Dann habe ich diese zwei Blautöne genommen. Das ist Indigo, Indigo Blau und Paint Square Blue. Und Lamp Black in zwei verschiedenen Farbabstufungen. Einmal hellgrau und tiefes Schwarz. Das ist das Cadmiumorange, welches ich mit diesem Ginequidonrot gemischt habe. Weiterhin habe ich meine Pinsel verwendet von DaVinci. Das sind Rotmater Haarpinsel. Das ist Maestro Serie 5. Einmal die Nummer 8, die Nummer 5 und 3x0 für die Details. Sehr feine Spitze. Und als Papier habe ich hier das Hahnemühle Expression genommen. Das ist eine ungefähre DIN A4 Größe. Das ist etwas breiter. Matt Cold West. Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir einen Daumen hoch da und abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Zuschauen oder auch beim Nachmalen. Bis dann! Und wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir einen Daumen hoch. Bis dann! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020